Untertitelung des ZDF, 2020 Henri hat 60 Millionen gewonnen. Aber der Tippschein gehört uns nicht. Alles okay? Plötzlich bist du Multimillionärin und er taucht auf. Aber wir teilen durch drei. Naja, es ist immer noch mein Los. Durch drei. Seit wir das Geld gestohlen haben, schlägt das Böse über uns. Geld ist doch ein reiner Sieg. Wir sind jetzt reich, oder nicht? Die Reichen kriegen alles hin. Wartet mal einen Augenblick. Gibt es eine Deadline? Das ist heute. Gib Gott! Passt doch an! Wie viel willst du, damit du zugibst, dass du ein kleiner Stricher bist? Sag's mir, sag's mir! Danach können wir bügeln, okay? Sehr gut, halt zu. Verstehen. Sie haben gesagt, dass Sie mich, bevor Sie mich umbringen, noch mal richtig auf links drehen. Gut, wer weiß, was das bedeuten soll. Dannach bene. inte Animaligue. Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal.